Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem 7. Juni 2019. Heute ist Freitag, der letzte Tag der Woche, für viele wahrscheinlich, und ihr hört die Geek Talk Daily 631. Die folgenden Themen habe ich mitgebracht. Cyberduck, Affinity Photo, Acer Potato Thrones, Stadia, E3 und Dropbox Plus. Ich beginne gleich mit dem Stückchen Schweizer Software, das es im Internet gibt, auf Rechnern gibt, besser gesagt, nämlich auf Apple Rechnern, um genau zu sein. Cyberduck ist ein frei zugängliches FTP-Client-Software-Stückchen, das wirklich tolle Arbeit leistet. Ich setze seit vielen, vielen, vielen Jahren auf den FTP-Client um, meine ganzen, ja, Alt-Webseiten und sonstige Geschichten im Netz zu bedienen. Über die Webseite direkt bekommt man ihn, wie gesagt, kostenlos und wird dann auch gerne darauf hingewiesen, dass man spenden kann und darf, und das sollte man auch, habe ich auch schon mehrfach gemacht in den vielen Jahren und werde ich jetzt auch wieder tun. Nämlich, neu draussen ist die Version 7.0, wie gesagt, kostenlos direkt über die Webseite. Oder ihr macht es so, dass ihr direkt über den App-Store geht, bezahlt 27 Euronen, circa 25 Schweizer Franken sind das, glaube ich, 24 Grad, und unterstützt somit natürlich ihn genauso, wie wenn ihr eine Spende macht, ausser dass ein kleiner Teil an Apple geht. Aber, ja, lieber so als das Spenden vergessen, würde ich doch sagen. Tolle Software kann man machen und sich installieren und nutzen, logischerweise wäre von Vorteil. Es gibt sie, die, ja, Konkurrenz, in Anführungsschlusszeichen, Softwares zum Adobe, Photoshop, etc. Es braucht nicht ein jeder das grosse Paket von Adobe, da ist viel zu viel mit drin und da ist ja Pixelmator unter anderem auf dem Mac sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr eine gute Möglichkeit. Auch eine gute Möglichkeit, und das nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf Windows, sind Affinity Apps, die Affinity Designer und Affinity Photo App. Die beiden haben jetzt über den Mac App Store eine neue Version bekommen, 1.7 ist es, um es genau zu sein, und es ist das grösste Update, was es bis jetzt gab. Zum einen kann die Software jetzt auf das vollständige Metallbeschleunigung, also der Unterbau von Mac OS zugreifen und somit auch die separate GPU nutzen, um eben gewisse Arbeiten schneller zu erledigen. Und das ist bis zu 10 Mal schneller als bisher. Und noch viele weitere Punkte, die jetzt besser, neuer und schneller gehen. Eine komplette Liste, und die ist wirklich nicht kurz, findet ihr verlinkt bei daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eurer Wahl in den Shownotes. Weiter geht's mit einem Thema rund um Acer. Die haben nämlich einen neuen Stuhl vorgestellt. Stimmt nicht, den Stuhl haben sie, war das an der IFA? Ich glaube, den habe ich mit dem Aachen zusammen an der IFA gesehen. Oder hat man da auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt der IFA vorgestellt? Genau, gesehen haben wir ihn leider nicht. Aber der ist jetzt käuflich zu erwerben. Von was spreche ich? Das ist ein Gaming-Stuhl mit integrierten drei Monitoren und einer Ablagefläche, der sich mitbewegt, also mit dem Spiel mitbewegt. Und somit seid ihr noch viel mehr im Spiel mit dabei. Lässt sich bis zu 140 Grad neigen und hat Beinstützen, Armstützen etc., was man sich halt alles so wünscht. Wenn ihr euch den bestellt, braucht es circa sechs bis acht Wochen, bis der dann bei euch ist. Weil die haben wahrscheinlich nicht allzu viele auf Lager von denen. Oder werden ihn zuerst noch zurechtschustern. Er wird auch kostenlos nach Hause geliefert und von spezialisierten Technikern zusammengebaut, die euch auch, wenn ihr möchtet, innerhalb der zwei Jahren Garantiezeit auf Wunsch zweimal vor Ort gewartet werden. Also ihr könnt ihn warten lassen. Finde ich definitiv nicht der falsche Ansatz. Nur der andere Ansatz ist natürlich der Preis. Das ist keine Massenware und somit kommt ein bisschen was zusammen. Ich habe leider nur die Euronenpreisen. Das sind 18.000 Euro. Dann habt ihr den Stuhl und alles drum und dran. Wenn ihr noch ein bisschen mehr wollt, wie zum Beispiel 3,27 Zoll Predator Gaming-Monitoren, dann legt ihr nochmals 2.000 obendrauf, also 20.000. Wenn ihr dann auch noch einen Orion 9000 Desktop PC, den coolen Klein von Acer, haben möchtet, inklusive Headset, das Saturn und Maus, kommt insgesamt nochmals 5.000 Euro obendrauf, also 25.000 Euro. Mit zwei Jahren Garantie, wie gesagt, wo ihr das Gerät oder den Stuhl auch nochmals eben warten könnt. Wenn ihr sowas euch kauft, lasst es mich wissen. Ha, wäre doch was. Genau. Google Stadia hat die Vorstellung gehabt, gestern Abend, wie schon angesprochen, haben sie kurz vor der E3 ihr ganzes oder ein bisschen mehr darüber verraten. Zum Beispiel, wie viel oder wie gute Internetleitung ihr braucht für 720p, 1080p und 4K. Letzteres braucht einzig und allein 35 Megabit pro Sekunde und da bin ich schon mal sehr gespannt, ob das dann auch wirklich klappen wird. Da darf dann nebendran keiner mehr surfen oder sonst was machen. Gibt es in Paketen und in der Founder Edition, wenn ihr es unterstützen möchtet, plus natürlich eine Liste von Spielen, die mit dabei sind. Auch das wieder verlinkt im Beitrag. Und morgen sicherlich auch, oder heute besser gesagt, dann noch in einem Blogpost auf dem Pokipsi.ch Blog. Der muss noch geschrieben werden, aber zuerst gehe ich ins Bett. Und bevor ich ins Bett gehe, geht es noch um die E3. Nämlich hat Nintendo bestätigt, dass es viele neue Spiele zu sehen gibt und auch anzuspielen gibt, dass es Turniere gibt und eine Rabatte über den eShop während der E3-Zeit. Und bei den Spielen könnt ihr Schwerte und Schilde Spiele antesten. Zelda ist dabei, wo ihr antesten könnt und so weiter. Mehr nachlesen im verlinkten Blogpost. Auch der auf dem pokipsi.ch Blog, also auf dem eigenen Blog. Und zu guter Letzt noch eine Neuigkeit, die alle Dropbox Plus Nutzer freuen wird. Wer bis jetzt Geld in den Topf geschmissen hat und einen Terabyte Speicherplatz hatte und wie ich fast an die Grenzen gestossen ist, der wird sich freuen, denn jetzt ist es wieder zusammengeschrumpft. Plötzlich habe ich nicht mehr nur 1000 und 24 GB, jetzt habe ich 2074,2 GB Speicher, die ich nutzen kann. Dropbox hat aufgestockt und ab 2020 wird das Abo dann auch teurer. Insgesamt um 20,88 Euro. In Schweizer Franken habe ich auch hier den Preis nicht. Aber wie gesagt, erst im Jahre 2020. Dafür mehr Speicherplatz. Und ja, was will man noch mehr? Einiges, aber auf jeden Fall kein verkehrter Weg. Jetzt kann ich ein paar Daten mehr da hochschiessen. In diesem Sinne, besten Dank euch fürs Reinhören. Es hat mich gefreut, mit euch die Woche zu verbringen dürfen. Und ja, nächste Woche ist der Achim wieder für euch da. Ich wünsche euch noch ein schönes und erholsames Wochenende. Und wir hören uns wieder. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.